Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen und möchte Ihnen heute ein kleines neues Gerät vorstellen. Es handelt sich um ein Kartenlesegerät, mit dem man am iPad Kameradaten von beispielsweise meiner Sony-Kamera von der SD-Karte einlesen kann. Das Gerät ist mit 5 Euro sehr preiswert und nicht wie das original Apple-Teil mit 40 Euro kaum zu bezahlen. Man schließt den Kartenleser einfach an das iPad an und hat dann unter Dateien einen neuen Eintrag, von dem man die Daten ins iPad einlesen kann. Das war es auch schon für heute. Ich freue mich sehr, wenn Sie diesen Beitrag liken. Einen Link zum Kartenlesegerät finden Sie unten in der Beschreibung.